Bevor es mit dem Kampf losgeht, wollen wir uns die zwei Kontrahenten anschauen. Das Opfer Senseless, die Sense Survivor, 51 Jahre alt, 5 Jahre Shooter-Erfahrung. Der Herausforderer Taki Setak Takio, 25 Jahre alt und hat die Shooter-Erfahrung mit der Mutter nicht aufgesaugt. Ich bewege mich über die Map, nicht wie du, campend irgendwo. Ich bin der Letzte, der irgendwo campt. Es gibt ja nur zwei, dann bist du wirklich der Letzte. Ey, verbotene Waffe, Alter, Taki zählt nicht. So was gibt es gar nicht, hier eine Clemour-Platzchen, Alter. Guck dir das an, wie sexy. Echt, das wollte ich sehen. Zack, ey, du Tierjunge. Ich will mal sehen, wie schnell du in den Scope kommst. Ey, Alter, das sieht auch schneller aus als bei mir. Das ist jetzt die SP, ja. Ach so, okay, wir spielen nicht mal die gleiche Waffe. Er hat genau gesessen, Alter. Bist du ja 30 jetzt, oder? Nee, Quatsch, 25, oder? Ja, genau. 26, 25. Oh Mann, Alter, ey, du bist gesprungen, Alter. Wie hast du das gemacht? Um die Ecke und zack. Ach, ich wollte dich im Slime noch kriegen. Ja, war überheblich, was? Ich hab's nicht mal gesehen, so schnell war ich tot. Naja, ich hab nicht mal meinen Schatten. Mein Schatten ist schon stehen geblieben, weil er mir nicht hinterherkommt. Quatsch, dein Scheiß. Du, ja. Alter. Ey, er hat meine Waffe gewechselt. Oh, das war ja fies, Alter. Er hat, ich hab immer mal so eine Sache, irgendwie keine Ahnung, warum das passiert. Da wechselt er halt zur Pistole. Ausgert. Ja, hab ich schon deaktiviert. Ach so. Hm. Aber es ist trotzdem komisch, wenn ich es nach vorne rolle, macht er es trotzdem noch. Wenn ich es nach hinten rolle, geht es nicht mehr. Das ist ganz doof. Kommen Süßigkeiten raus. Alter, ah, schütze. Ach, das reine Kill fällt gar nicht auf. Weil krieg ich mit, wenn ich anvisiert werde. Aha, das ist natürlich clever. Ich bin hier nur im Nachteil alt, ungeübt und keine Cheats drin, Cheat Burks. Jetzt war ich aber im Hardscope. Ich auch und ich hab nur ein Mini-Fizil von deinem HLM gesehen. Noch eine Minute. Ich versteh's. Oh, 12 zu 9. Du kannst ja dezent Zeit lassen. Du kannst wegrennen. Ich find dich nicht. Ja, was ist denn? Nein. Nein. Ja. Wird der Ausgleich kommen? Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Glaube ich. Ist gleich Schluss. Ach man, aber knapp. Nein. Ein Bruchteil einer Sekunde zu spät. Alter. Was ist es? Du Tier. Ei, ei, ei. Verbotene Waffen. Verbotene Mittel. Das gibt's nicht. Der cheatet hier. Das ist nicht mehr zu sehen. Alter, wie es hier als Tageslicht kommt, Alter. Und ein Streamer dauernd erlaufen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der ist verzögert. Der ist so verzögert, dass es mir nichts kommt. Ach, der Schott hier. Ja, das stimmt. Und eine Kugel. Aber die hast du nicht mal gehört, weil du schon tot warst. Alter, im Sprung habe ich die... Und der hat wieder zur Pistole gewechselt, Alter. So ein Scheiß. Geil. Oh, du Sackratte. Du hast mich laufen gehört. Ja. Ich stehe einfach da und habe ich wartet. Und dann mein Gesicht. Ah. Das habe ich... Das habe ich gar nicht nötig, solche Tricks. Die schießt du einmal in den Gesicht. Angst. Die sehe ich auch. Die suchen ihresgleichen. Das ist ein Zeitraum für mich, oder? Ach, Mann. Ich wollte den letzten Kill haben. Nein. Mann. Nein. Nein. Jetzt, Matze. Ja, ja, komm schon. Wir schaffen ihn. Adrian. Jetzt. Das ist doch der gleiche Spon, wie gerade erinnert. Ich flippe auch so. Alter. Bin ich mit der Smile Man? Adrian. Oh, ja, ja, ja. Das habe ich nicht mal abschießen lassen. Ach, der Mauerlauerer. Neben dem Kader gezogen. Nichts gelauert. Das hättest du eigentlich hören müssen. Ich habe nichts gehört. Ich sehe dich nicht mal auf diesem Verdau. Das ist so super. Scheiße. Ich habe deinen Punkt durch dieses Tor gesehen. Dippel, 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 dippel. Dick, tick, tick. What? Durchgeklitscht. Klitsch, go. Sozusagen. Ey, du Ratte. Ich musste ausgleichen. Auf weglichste Art und Weise. Alter, Junge. Hast du das gesehen, Junge? Hast du das gesehen? Davon kannst du deinen Kindern erzählen. Er hat wieder zur Pistole gewesen. Sagt doch ich mir, ey. Das ist ein Zeilen. Ich kann nicht mehr. Das war Bauchweh. Das war die Rache für die Mine vorhin. Für die Claymore. Mann, ich mache nur Hitmarker, oder? War das ein Hitmarker wenigstens? Nee, nee. Sag schon, ja. Komm, sag ja. Ja. Okay. Bin beruhigt. Dachte ich, ich habe vorbeigeschast. Jetzt ist die Maus schuld. Nein, ich hatte wieder die Pistole in der Hand. Diesmal wollte ich auch nicht schießen. Das war nett. Hm. Hast du da was geworfen? Nee. So, aus als hättest du was geworfen? Glaub ich. Was war's? Geworfen, also. Achso. Das war dein Verhängnis, Alter. Das Leiden ist, glaube ich, keine gute Idee. Echt? Oder nur? Mann, das gibt's doch nicht. Also, ich muss schon mal meine Munitionsgiste benutzen. So oft, so wenig, wie ich hier sterbe. Ich habe bald keine Munition mehr. Wie du da oben schießt. Das trifft mich. Ich auch nicht. Oh, leck mich doch. Ich hatte dreimal die Chance und habe es vermasselt. Musseltoff. Ich dachte, du rennst weg. Das ist mein Trick, meine Taktik. Oh, Alter. Der war nicht schlecht, oder? Der war schnell. Oh, Alter. Ich brauche. Oben. Ey. Ey. Das kann nicht sein. Also, das ist Betrug. 13 zu 21. Das hole ich doch nie wieder raus. Was ist denn das jetzt? Blöder Hund. Für die Pistole. Ey. Das war für die Claymore. Ich sehe dich nicht. Ich habe nur noch eine Umrisse gesehen. Du bist selbst schuld. Du hast da selbst den Nebel hingebaut. Was? Jetzt bist du... Jetzt hast du dich warm gespielt, sagst du. Nein. 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 Ich habe dich in die Ecke gelaufen sehen. Aber so in der Ecke doch auch wieder nicht. Aber das hätte ich machen können. Hast recht. Mann. Ich dachte mir, ey. So eine geile Idee. Ich habe mich schon innerlich kaputt gelacht. Wie ich dir gleich in die Fresse schieße. Nein. Ich habe wieder die Pistole. Sowas bringt mich direkt aus dem Konzept. Boah. Die Abschüsse waren jetzt ja nur so. Brasselten ja nur so rein. 28 zu 18. Auf beiden Seiten. Ja. Aber trotzdem habe ich Haushoch verloren. Schade. Matze, traurig. Nein, war geil. Hat mir Spaß gemacht. Ja. 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 Ja.